Die Ampel hat in den letzten zwei Jahren dieses Land derart in den Keller regiert. Jeder, der regiert und der auch eine Koalition eingeht, weiß, dass er am Ende immer auch an das Wählervotum gebunden ist, immer auch an die Stimmungslage in diesem Land gebunden ist. Und diese Realitätsferne, diese Menschenferne, die diese Partei ausstrahlt, das ist sowas von schädigend für unser Land. Und ich finde, diese Partei hat in einer Regierung nichts zu suchen, weil sie uns derart schadet und nachhaltigen Schaden zufügt, dass ich wirklich die Tage zähle, bis das ein Ende hat.